Bestimmt gibt's was Wichtiges zu besprechen. Ob schön oder nicht schön, in der Ehe gewöhnt man sich an die Ehe. Aber an die Ehe gewöhnt man sich schneller. Meine Frau ist sehr glücklich, bloß ich bin's nicht. Meine Elfer, die sitzt im Garten, tut nichts und spekuliert, was man heute Abend übel nehmen kann. Jetzt stehen wir da mit unserer dicke Käpp. Den Herzog interessiert der Betty mehr wie mir. Ein junges Mädchen ist immer interessanter, wie fünf ausgewachsene Jute. Hoheit, eine Sanierung ihrer Finanzen ist nur durch eine Heirat möglich. Ha, wann hab ich auch schon gedacht, nicht wahr, Fehrenberg? Jede Händedruck von einem Regierenden ist bares Geld. Komisch, je älter du weißt, desto frankfurterischer siehst du aus. Der Papst hat neulich zu mir gesagt, ich seh mit jedem Tag italienischer aus. Italienisch, ach, das geht. Vermute, der Papst werde ich demnächst anbumpeln. Geh doch nach Berlin. In dem Nest ist doch nichts zu verdienen. Wir sind alles Barone. Warum hast du das nicht schon vorhin auf den Best gesagt, wie alle Leute bei waren? Schnelle Geschäfte sind gute Geschäfte. Wenn unser Vater so ein Schlappschwanz gewesen wäre wie du, dann würde ich mir heute nicht mit Millionen handeln, sondern mit Knäpp. Es ist eine schöne Sitte von euch, dass ihr immer wieder im Vater sein Häuschen kommt, wenn was Wichtiges zu besprechen ist. Rasch von der Vielseitigkeit ihrer Geschäfte. Rasch von der Vielseitigkeit. Rasch von der Vielseitigkeit. Untertitelung des ZDF, 2020